Das hier ist jetzt ein Mikrofontest. Ich habe mein Lavalier-Mikrofon in der Hand. Und ich möchte einfach mal schauen, wie der Ton ist, wenn ich es mit dem Ding aufnehme. Weil der Onboard-Ton der DJI Osmo, mit der ich gerade filme, ist ja nicht gerade prickelnd. Darum ist das hier ein spannender Test. Und ja, schauen wir mal, was auf der Kunde dabei kommt. Der erste Versuch war bei MicGain12, jetzt sind wir auf MicGain4. Mal schauen, ob sich das jetzt besser anhört. Ich glaube nämlich, der erste Versuch, der war wirklich ziemlich schlecht. Ja, wir werden schauen. Es ist sowieso ein bisschen komisch, weil, wenn ich lauter spreche, dann wird es schwierig. So, ich mache jetzt einmal Stopp und probiere es dann noch mit 2. So, das ist jetzt nochmal ein Test. Mit dem Lavalier-Mikrofon, direkt angesteckt an die Osmo. DJI Osmo, und zwar MicGain2. Ja, wir werden schauen, wie es am Computer klingt. Aber jetzt der Ausschlagpegel ist schon wesentlich besser. Hier am Bildschirm. Und es wird nicht mehr rot. Das ist schon ganz gut. So, vielleicht funktioniert das ja. Wer will ich sagen? Wer will ich sagen? Wer will ich sagen? Wer will ich sagen? Wie es am Computer klingt? Ja, die ist schon sehr gut. Aber jetzt der Ausschlagpegel ist schon wesentlich besser. Hier am Bildschirm. Und es wird nicht mehr rot. Das ist ja ganz gut. Vielleicht funktioniert das ja. Who the fuck knows? Bis zum nächsten Mal.